Ja, und dann noch was. Was soll ich anders machen bei der zweiten Staffel? Was soll ich besser machen wie anders machen? Ähm, soll ich überhaupt eine zweite Staffel machen? Und, oder das einfach hiermit weiterlaufen lassen? Aber ich denke, dann sind die, sind ja dann schon 100 Videos und ich glaube, das wird dann immer mehr. Weil ich dann ihr wissen, aber was soll ich besser machen? Was soll ich mehr achten? Soll ich noch mehr auf die Erklärungen eingehen, was das Spiel alles so hat und was man macht? Ihr seid die Regisseure, also ihr schreibt mir das Drehbuch und sagt mir, was ich tun soll und ich mache es. Ich setze es um. Und ich werde eventuell, wenn es, äh, geht oder so wie es jetzt momentan ausschaut, werde ich 10 Minuten Videos beibehalten. Weil, äh, äh, erstens mal ist es für mich flexibler. Und zweitens auch, äh, äh, ja. Ja, das ist auch, äh, ja, ich finde 10 Minuten ist, ist besser, wie wenn ich zwischen 20 und 30 Minuten mache, außer Special Folgen. Ich werde mich aufpassen. Ich werde mich aufpassen. Ich werde mich aufpassen, ja, das ist, war wieder, der, der interessiert mich, ich will den Elch haben. Da geht bestimmt auch der, der auf die andere Seite so wie es aussieht. Dann stiefen wir auch mal auf die andere Seite. Da geht es, ich werde mich aufpassen. Da geht's. Da geht's. Und zweit. Das ist, was ich, äh, ich werde mich aufpassen, oder? Da geht's. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.